Ich beende mein Jura-Studium. In zwei Wochen. Wie legen wir fest, wer die Schuld trägt? Tom? Sind Sie noch bei uns, Tom? Ja. Entschuldigung. Dass Ihr Vater der Gastdozent ist, ist ganz sicher nicht einfach. Wie läuft's mit der Jobsuche? Das könnte Dir helfen. Sie sind Ben Olsens Sohn. Mit seiner Hilfe könnten Sie überall arbeiten. Ich würde aber lieber meinen eigenen Weg gehen. Lass mich in Ruhe, Dad. Ich brauche Sie, um uns bei der Menge an Arbeit zu helfen. Sie werden entsprechende Aufträge übernehmen. Schlechtes Gehalt, lange Arbeitszeiten, aber ein Neuling wie Sie könnte Initiative zeigen. Können Sie mit dem Druck umgehen? Tommy, hören Sie mir noch zu? Also, ich, ich hab diese Albträume. Tommy! Die fühlen sich so real, so real an. Und ich, ich, ich sehe Dinge. Das ist Deine Schuld. Sollten wir uns Sorgen machen? Es ist offensichtlich, dass dieser Job sowohl physisch als auch psychisch negative Auswirkungen auf Dich hat. Ich weiß nur, dass Sie für den Erfolg alles tun werden. Doch, das tue ich. Ich kann sie nicht behandeln. Tommy, wo gehst du nachts hin? Tommy, die Wahrheit ist kompliziert. Vielleicht der Tag heute? Mir geht's gerade nicht gut. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich will dir eine Geschichte그래, dass wir listen fürsai. Mann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020